Dann stelle ich euch jetzt einen Mann vor, der ist sowas wie ein Hanfparade-Lehrling gewesen. Vor vielen, vielen Jahren hat er mal gefragt, Steffen, wie macht man das eigentlich mit den Demos? Mittlerweile ist er so weit, dass er anderen Leuten das Legalisieren beibringt. Das ist der Mann, der die Legalisierungsbewegung nach Hannover gebracht hat und jetzt expandiert er gerade nach Halle. Viel Spaß mit Bernd Beistecke. Vielen Dank, vielen Dank, liebe Leute. Ich wollte euch erstmal, ich muss ja nichts mehr zum Thema sagen, ihr wisst, es muss legalisiert werden. Und wir haben alle Argumente dafür, verdammt. Wir haben einfach alle Argumente, es gibt keinen Diskussionsgrund, der dagegen spricht. Und wir suchen einfach ständig die Diskussion. Und ich finde, ihr müsst das auch machen. In eurer Kommune, bei eurem Bürgermeister, selbst auf dem Dorf, geht zu eurem Stadtparlament, auch wenn ihr in eine größere Stadt geht, und reicht da eine Cannabis-Social-Club-Petition ein. Entschuldigung, ich muss gerade hier herren. Das haben wir gemacht. Und die Stadt Hannover hat unseren Antrag abgelehnt, weil sie sagt, sie möchte keine Insellösung sein. Ist das nicht geil? Wer Insellösung sagt, sagt auch Lösung. Und wir haben kein Gegenargument bekommen, außer, dass sie kein Konsumförderendes Projekt haben möchten. Und bei uns ist die Prävention im Vordergrund. Auf dem Schwarzmarkt wisst ihr, es gibt keinen Jugendschutz, keinen Konsumentenschutz und auch keine Altersrichtlinien sozusagen. Das wäre ja immerhin in einem Cannabis-Social-Club oder bei einem legalen Abgabemodell möglich. Was ich sagen wollte, die Stadt hat das abgelehnt, hat gesagt, sie möchte keine Insellösung sein. Und unser nächster Schritt ist jetzt nach Halle zu gehen, weil da kommt alles zusammen. Das ist eine Kunst-Universitätsstadt, da geht es richtig ab. Wir haben jetzt drei Tage lang Infrastruktur aufgebaut, haben mittlerweile schon acht Bands, DJs, Sponsoren und so weiter. Und wir suchen noch viel mehr Netzwerkkontakte, um in Halle die Cannabis-Social-Club-Projekte zusammenzubringen. Es gibt bundesweit so viele Cannabis-Social-Club-Projekte und die müssen vernetzt werden, damit man als große geschlossene Städtegemeinschaft auf die Bundesregierung zugehen kann. Deswegen ist es umso wichtiger, dass jeder von euch erstmal in Halle ist, aber auch unabhängig davon, bei seinem Bürgermeister, bei seinem Stadtrat eine Petition, die hilft beim Deutschen Handverband runterzuladen, eine Petition einreicht für ein legales Abgabemodell. Und da kann man einem Cannabis-Social-Club vorschlagen. Die Stadt kann auch eine bessere Lösung bieten, aber das können sie nicht. Und da ist unser Argumentationshoheit, sage ich nur. So, und da sucht die Diskussion. Ihr könnt sie nicht verlieren, in Halle kommt alles zusammen, es wird da richtig abgehen. Wir haben eine Demonstration, wir haben eine kommunale Petition, mit der wir den Stadtrat penetrieren werden. Wir haben die SCM-Petition, die nationale Cannabis-Medizin-Petition lassen wir da ausliegen. Die europäische Petition lassen wir da ausliegen. Und diese drei Petitionen werden wir mit unserer Kampagne in Halle bewerben. Und unser Ziel ist, dass sich noch mehr Städte vernetzen und Cannabis-Social-Club-Initiativen bundesweit machen. Und nicht nur regional. Weil da gibt es keinen Ausweg. Die Stadtparlamente sagen, ja, wir können das nicht selbst verantworten. Die Bundesregierung sagt gar nichts. Also müssen wir wenigstens mit denen reden, die, auch wenn sie nicht schlechte Antworten geben, überhaupt Antworten geben. Sucht die Diskussion und kommt nach Halle. Am 4.10. kommt alles zusammen. Das Betäubungsmedienverbot oder das Cannabis-Verbot tötet Menschen. Und das muss ein Ende haben. Diese Demos müssen ein Ende haben. Wo stehen wir denn, wenn hier 10.000 Leute hier recht rausschreien und einfach nicht ein Finger krumm gemacht wird. Für Patienten und für Konsumenten. Für Leute, die leiden. So, danke. Ich würde mich irgendwie nicht auskotzen. Kommt nach Halle. Es geht wirklich ab. Am Tukizu für den Halle. Baut euch vorher in die Organisation ein. Vernetzt euch mit uns. Ihr findet uns auf Facebook und auf der Webseite. Es ist auch bald wieder online. So, tschüss. Danke, Bernd. Ehemals Hannover. Jetzt OPMOB in Halle. Viel Spaß da im Oktober. Bis zum nächsten Mal.